Was zuletzt geschah, pünktlich zum High Noon, traf das Team im Vulkangebirge ein, um den vermutlich vierten General zu treffen. Dieser wartete bereits dort und gab sich endlich zu erkennen. Dabei lüftete er ein großes Geheimnis. Nick Shosma und Scheinux waren an der Bergspitze nicht gestorben. Nick Shosma war geflohen und hatte Scheinux mit sich genommen und hatte nun die Kontrolle über ihn. Und um ihren Freund zurückzuerlangen, kämpfte das Team, vor allem natürlich Bulby. Nick Shosma spielte in einem sehr zähen Kampf eine sehr nervige Strategie auf. Bulby versuchte sie zu durchbrechen, indem sie zu Scheinux durchdrang. Und schaffte es. So, dass es im Inneren von Scheinux Seele ein Duell des Zwielichtes gab. Nick Shosma gegen seine Reinkarnation. Ein Duell, in dem Scheinux Nick Shosma kein Glauben schenkte. Und ein Pokémon, welches nur durch Lügen stark ist. Nick Shosma verlor die Schlacht. Kapitel 28 Der Lord der Hölle Beide Pokémon wurden voneinander weggestoßen. Scheinux stand relativ stabil, doch Nick Shosma wirkte unfassbar geschwächt. Er atmete schwer und schien sich kaum bewegen zu können. Ohne Vorwarnung stützte Bulby sich auf ihn und griff mit Laubklinge an. Doch kurz vor dem Aufschlag durchdrang erneut ein Blitz den Raum. Dieses Mal war er nicht völlig schwarz. Er war dunkellila. Eine andere Stimme als sonst ertönte. Verschwinde, du hast deinen Meister enttäuscht. Du kennst den Text. Versager Als die Dunkelheit nachließ, war Nick Shosma fort. Bulbys Angriff war ins Leere gegangen. Doch über uns schwebte ein Pokémon. Es war unsere erste Begegnung in dieser Welt. Es war der Armeeführer höchstpersönlich. Darkrai Es ist wirklich egal, in welcher Welt ihr seid. Nicht. Ihr seid immer Plagen. Allesamt. Selbst mit einem Menschen verbündet ihr euch, um mich zu schlagen. Ich übernahm die Antwort. Und zwar mit Erfolg. Wir haben jetzt bereits vier Embleme. Sobald der letzte General besiegt ist, werden wir dich stürzen. Der Albtraumkönig wirkte jedoch sehr amüsiert. Zahlen sind nicht deine Stärke, oder? Ja, ihr habt drei. Ich sah mich um. Er hatte recht. Anders, als wir vermutet hatten, war Nick Shosma kein General gewesen. Er hatte kein Emblem bei sich. Also, ich denke, wir werden uns wiedersehen. Doch wenn ihr weise seid, werden wir das nicht. Dieser Krieg war von Anfang an entschieden. Eure hellen Taten können euch nicht mehr retten. Auf hoffentlichen Nimmerwiedersehen. Mit diesen Worten verschwand Darkrai. Wir hatten heute kein Emblem gewonnen. Doch es war egal. Denn wir hatten etwas viel Wichtigeres erkämpft. Wir alle hielten für ein paar Sekunden inne. Als diese endeten, merkte ich, dass Bulby leicht zitterte. Ich war besorgt, dass es an ihren Verletzungen liegen könnte. Jedoch zeigte sich schnell, woran es wirklich lag. Als sie sich zu uns drehte, hatte sie Tränen in den Augen und rannte sofort zu Scheinux. Die beiden fielen sich sofort in die Arme. Ich dachte, ich hätte mich verloren. Ich dachte, du wärst viel mal weg. Ich hatte solche Angst. Auch wenn es wunderschön war, die beiden wieder vereint zu sehen, unterbrach ich sie. Ich denke, wir sollten zurück in unsere Basis reisen. Latios und Semops wollen die tollen Neuigkeiten sicher auch erfahren. Außerdem ist es dort sicherer. Alle stimmten mir zu. Und so reisten wir ab. Diese Höhle war ein bedeutender Ort für uns geworden. Vor allem für unsere Freunde aus der anderen Welt. Einen von ihnen hatten wir an diesem Ort verloren. Einen anderen zurückbekommen. Auf dem Rückweg waren wir alle unfassbar gut gelaunt. Scheinux Rückkehr hatte die Motivation in unseren Reihen wieder auf alte Höhen bringen können. Die einzige, die gemischte Gefühle hatte, war Evie. Ich wusste genau, woran dies lag. Sie hatte ihren gestrigen Verlust unter anderem dadurch verarbeitet, zu wissen, dass sie nicht die einzige war, die so litt. Mit Scheinux war für sie zwar ebenfalls ein Freund zurückgekehrt. Doch nun stand sie in Sachen Verlust ganz alleine. Zudem weckte es tiefe Nia eine Hoffnung, dass Chilast auch wiederkehren würde. Eine Hoffnung, von der wir alle wussten, dass sie nicht in Erfüllung gehen konnte. Zumindest nicht auf Dauer. Eines Tages könnte vielleicht so etwas, wie es mit Bisasam geschehen ist, erneut passieren. Doch wahrlich zurückkehren würde Chilast nie wieder. Dieser Gedanke schmerzte auch mich, sogar in zwei Hinsichten. Denn er erinnerte mich daran, was am Ende des Krieges geschehen würde. Bisasam, einer der ersten Freunde, die ich nach meiner Rückkehr in die Welt der Pokémon fand, würde wieder gehen. Es war unvermeidbar. Er würde wieder in die Welt des Jenseits zurückkehren. Dort, wo nun sein Platz war. Als wir schlussendlich an unserer Hütte ankamen, war die Begeisterung bei Seemops und Latios, wie zu erwarten, sehr hoch. Am glücklichsten von uns allen wirkte jedoch eindeutig der Zurückkehrende selber. Ein weiteres Mal wurde er von all seinen Freunden getrennt, keine Woche nachdem die letzte Trennung endete. Ich hoffte mit all meiner Seele, dass so etwas nicht noch einmal passieren würde. Und ich würde alles dafür geben, dass er sich nicht mehr von Bulby trennen müsste. Nachdem unsere Freudenfeier zu Ende war, war es wieder an der Zeit, dass Scheinux uns weiter half. Es war ähnlich wie bei seiner letzten Rückkehr. Unter Nick Crossmas Kontrolle hatte er natürlich mehr erfahren als wir. Doch wie sich leider herausstellte, war dies auch nicht so viel, wie wir uns vielleicht erhofft hatten. Nick Crossmas hatte leider bereits in Betracht gezogen, dass ich euch vielleicht Informationen weiterleiten könnte. Deswegen hat er dafür gesorgt, dass ich möglichst wenige erhalte. Das meiste, das ich weiß, wisst ihr inzwischen auch schon. Was die Generäle angeht, habe ich nur eine neue Information. Einer der beiden fehlenden Generäle ist das Alien-Pokémon-Dioxys. Leider haben die beiden sich an einem neutralen Ort getroffen, sodass ich nicht weiß, wo Deoxys sich versteckt. Vom letzten General habe ich nicht wirklich etwas gehört. Das Einzige, das ich herausgehört habe, ist, dass es sich anscheinend nicht einmal um ein legendäres oder mystisches Pokémon handelt. Deoxys hatte da so etwas angedeutet. Mit gewöhnlich meint er vermutlich eben das, was ich gerade sagte. Alles andere ergebe in meinen Augen keinen Sinn. Es tut mir leid, dass ich euch nicht wirklich weiterhelfen kann. Er wirkte leicht bedrückt. Du hast uns schon genug geholfen. Wir werden diesen Krieg gewinnen. Mit dir an unserer Seite auf jeden Fall. Er sah mich etwas unentschlossen an. Ach, eine Sache noch. Unter Nick Trossmas Kontrolle hatte ich schon viel über dich gehört, aber... Wer genau bist du? Du kennst mich. Noch nicht lange, aber wir beide kennen uns. Ich bin Günther. Der nächste Tag brach bald an. Wir hatten keine Anhaltspunkte, wie es nun weitergehen könnte. Daher entschlossen wir uns, erneut in die Stadt aufzubrechen. In der Hoffnung, nicht aufs Nenz zu treffen. Leon war kein Kämpfer mehr. Also blieb uns nichts anderes übrig, als zu hoffen, dass Olaf uns mehr Informationen geben könnte oder dass wir selber etwas finden würden. Die Teambildung für den heutigen Tag war großteils sehr einfach. Alle schienen sich sehr einig, dass Bulbi und Scheinux den Tag frei bekommen würden. Als letztes gönnten wir Latias eine Pause, die vor allem in den letzten Tagen sehr viel mitmachen musste. Somit waren an diesem Tag Lord Ecke, Ivi, Latios, Hydro, Piep, Bisasam und Seemops mit dabei. Der nächste Tag begann. In der Stadt war viel los, so wie auch sonst meistens. Die Leute schienen noch mehr mit Dark Reistruppen zu kämpfen zu haben. Mit den Truppen des Lords, wie viele ihn nannten. Was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten war jedoch, dass wir an diesem Tag auf einen weiteren Lord treffen würden. Wir stürzten uns einfach in die Schlacht gegen Dark Reistruppen. Die anderen Trainer schienen sich weniger um uns zu kümmern und Snance war Gott sei Dank nirgendwo zu sehen. Es wirkte alles sehr ähnlich wie am ersten Tag, an dem wir hier kämpften. Die Ähnlichkeit war schon beinahe gruselig. Ich erinnerte mich an den Tag damals zurück, an das schwarze Vulnona, das Lord Ecke damals angriff. Lange hatte ich es verdrängt, doch nun kam es mir wieder in den Kopf. Und, teils aus Paranoia, teils aus Vorahnung, drehte ich mich zur Seite. Und inmitten der feindlichen Truppen sah ich es. Eben dieses Vulnona. Es schien derzeit nicht zu kämpfen und sah zu uns herüber. Im nächsten Moment stand es hinter Lord Ecke. Es war wie am ersten Tag. Nur, dass auch Lord Ecke den Feind dieses Mal bemerkte. Er drehte sich sofort um und griff das seltsame Pokémon hinter ihm an. Lord Eckes voriger Feind zog sich besiegt zurück. Zweimal die gleiche dreckige Taktik. Du weißt schon, dass es feige ist, andere aus dem Hinterhalt anzugreifen, oder? Anders als beim letzten Mal floh das Wesen nicht, sondern sprach zu uns. Nachen mögen es Feige nennen. Ich nenne es klug. Doch nur, um meine Zeit zu sparen, besiegen könnte ich euch alle. Problemlos. Lord Ecke wirkte von seinem Gegner sehr gereizt. Sag mal, hast du irgendwelche Stoffe, Intus? Für wen hältst du dich? Was bist du überhaupt für ein Pokémon? Ich denke, du verstehst da etwas falsch. Ich bin kein Dämon. Ich bin kein Pokémon. Ich bin keine Fehlgestalt. Ich bin ein Virus. Der Virus leuchtete rot auf. Ich sehe hier vor allem eine Schande für meine Art. Von all den Pokémon musst du Feigling geradezu meiner Spezies werden. Das nehme ich persönlich. Ach, tust du das? Hast du ein Problem damit? Willst du etwa kämpfen? Und ob ich das will? Ich war etwas unsicher. Bist du dir sicher, Lord Ecke? Natürlich. Ich habe Mega-Rayquaza besiegt. Da wird so ein Normalo sicher nichts gegen mich ausrichten können. Lord Ecke nutzte diesen Begriff, Normalo, in dem Wissen, dass sein Gegenüber auch nur einer derjenigen war, die sich in der Menge mit all den anderen mischten. Doch spätestens in den letzten Aktionen vor Kampfbeginn zeigte sich diese Fehleinschätzung. Das Wesen ließ einen lauten, schrillen Schrei aus. Alle Umstehenden, inklusive mir, wurden weggestoßen. Nur Lord Ecke blieb standfest. Das seltsame Wulnona nutzte den gewonnenen Platz, um eine Barriere um die beiden zu bilden. Nun gut, du willst es wohl so? Dann zeig mir doch, was du kannst. Wie ich bereits gehört habe, haben wir ja etwas gemeinsam. Wir sind beide Lords. Du bist Lord Ecke, ein Schwächling. Ich bin der Schattendämon, der Lord der Hölle. Ein Priester der Verdammnis. Dein Schlechter. Latios frühere Theorie hatte gestimmt. Das seltsame Wulnona war tatsächlich der Feind, der damals im Krieg gegen Phanther und Fate stand. Doch wie konnte er hier sein? War er nicht seit beinah 100 Jahren ausgelöscht? Und als ich dachte, der Kampf könnte nicht mehr schlimmer werden, begab der Virus sich in seine Kampfposition. Und so wurde eindeutig sichtbar, dass um seinen Hals ein Emblem taumelte. Der nächste General hatte sich nie versteckt. Und dieses Nicht-Verstecken war das Beste aller Verstecke. Er war unter all den anderen Kriegern gewesen. Und nun musste Lord Ecke ihn bezwingen. Und niemand konnte ihm helfen. Die meisten anderen Kämpfe um uns herum brachen ab, um das Highlight, welches sich vollzog, zu sehen. Es zeigte sich schnell, wie mächtig der Feind wirklich war. Nikrosma hatte in seinem Kampf bereits die Schnelligkeit zu seinem Vorteil genutzt. Dieser Feind hingegen war eine andere Liga. Er war nicht bloß schnell, er beherrschte die Fähigkeit der Teleportation. Unzählige seltsame Angriffe schlugen Sekunde um Sekunde ein. Wirbel aus Dunkelheit folgten auf Steinhagel. Dunkle Flammen wurden von Portalen geleitet. Es war alles möglich. Nur nicht das, was man erwarten würde. Lord Ecke schien riesige Probleme zu haben. Teilweise fragte ich mich, ob es überhaupt möglich war, dem Angriffshagel des Gegners zu entrinnen. Gleichzeitig kam er selber nie zum Schlag. Und ich fragte mich, hätte unser gesamtes Team zusammen überhaupt eine Chance gegen ihn? Und dieses Wesen stellte sich unter Darkrai? Doch es schnell stellte sich heraus, weshalb. Der Kampf war definitiv nicht gewinnbar für Lord Ecke. Doch das musste er auch nicht sein. Denn als es schien, als würde Lord Ecke besiegt sein, brach auf einmal die Barriere. Der Angriffshagel des Virus wurde unterbrochen. Als ein zweites Wulpix einschritt. Hier bist du also. Du greifst Unschuldige an und nutzt den Krieg als Tarnung? Du kannst nicht mehr fliehen. Wir bringen das jetzt zu Ende. Der Virus schien den vorletzten Satz wohl überhört zu haben. Denn er verschwand einfach im Nichts. Das zweite Wulpix sah kurz zu Lord Ecke. Ich hoffe, es ist alles okay bei dir. Ich habe keine Zeit, dir die Situation zu erklären. Ich muss weiterreisen, um die größte Katastrophe der Geschichte zu verhindern. Nach diesen Worten verschwand auch sie einfach im Nichts. Alle auf dem Platz sahen genauso verwirrt aus, wie ich es war. Was genau gerade geschehen war, konnte ich mir nie erklären. Bis zum heutigen Tage nicht. Doch es war auch egal. Das Wichtigste war, Lord Ecke war in Sicherheit. Und das Zweitwichtigste, das Höllenwesen hatte etwas zurückgelassen. Das Emblem. Es war aus dieser Welt verschwunden und plante nicht zurückzukehren. Schließlich sagte das Wulpix, dass der Krieg nur zum Untertauchen gewesen sei. Und so konnte ich das Emblem an mich nehmen. Viele Leute starrten mich an, als ich es an mich riss. Ich rief etwas, das ihnen sagen sollte, dass der Krieg vor seinem Ende stand. Es ist das Vierte. Nur noch ein Emblem. Dann wird dieser Krieg zu einem Ende kommen. Nur noch ein General fehlt. Ich rechnete mit verschiedensten, gemischten Reaktionen. Doch mit einer von ihnen rechnete ich nicht. Falsch. Alle Generäle sind geschlagen. Die Embleme gehören den Menschen.